Irgendwann kam es dazu, dass sie zutrünnt, Geld verschenkt hat, dass sie Verträge unterschrieben hat. Ja, und eigentlich völlig nicht mehr sich selber gewesen ist. Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unsere heutige Episode handelt von zwei Schwestern mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Eine war Prostituierte, die andere Physiotherapeutin. Ja, also meine Helblinge, zwei Schwestern. Wir nennen sie Michelle und Maria Nix. Die ältere von beiden ist Michelle und die hat einen recht unbürgerlichen Beruf gewählt. Ja, das stimmt. Sie ist schon mit 20 Prostituierte geworden. Das ist auch früher. Die andere Schwester, die jüngere Schwester, die wir jetzt Maria nennen, was hat denn die gemacht? Die ist vier Jahre jünger und hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Die hat studiert und ist Psychotherapeutin geworden. Zwei unterschiedliche Lebensläufe. Wie ist denn das Leben von dieser Michelle verlaufen? Die, die mit 20 beschlossen hat, sie werden Prostituierte. Am Anfang gut. Ihr hat das Leben sehr gefallen. Ich habe nur mit Maria gesprochen. Und die hat mir erzählt, dass sie als Schwester immer viel Kontakt gehabt haben. Die haben sich oft zum Essen getroffen, haben sich ausgetauscht. Und Michelle hat dann wilde Geschichten erzählt von Partys und Mannen. Und ja, sie war eigentlich sehr glücklich. Sie hatte eine eigene Villa mit Seeblick. Und irgendwann war das Glück dann leider vorbei. Und das heisst, was ist denn dann passiert? Maria hat sich extrem Sorgen um Michelle gemacht, weil sie sich stark verändert hat. Einerseits optisch. Sie hat viele Schönheitsoperationen gehabt. Maria hat gesagt, sie hätte sich kaum noch erkannt. Aber auch charakterlich ist es ihr immer schlechter gegangen. Sie wurde schlecht behandelt von den Männern, die in die Villa kamen. Es gab Vergewaltungen. Es waren viele Drogen im Spiel. Und irgendwann kam es dazu, dass sie zutrönt, Geld verschenkt hat. Dass sie Verträge unterschrieben hat. Ja, und eigentlich völlig nicht mehr sich selber war. Und Maria hat dann die Kespi eingeschaltet. Und mit 60 hat Michelle die Tabletten süchtig in eine Klinik musen. Mhm. Und wieso wird das jetzt zum Fall? Es ist dann noch schlimmer geworden. Okay. Natürlich, wie so oft. Ja, und zwar gab es in dieser Klinik einen Vorfall 2019. Maria hatte ihre Schwester noch Besuch. Am 7. Juli war das. Und einen Tag nach dem Besuch ist Michelle plötzlich aus dem Bett rausgekommen. Und war nicht mehr ansprechbar. Man hat dann einen Bluttest gemacht. Und dort ist herausgekommen, dass sie viel zu viele Medikamente eingenommen hat. Zwei davon sind auch nicht auf ihrer Verschreibungsliste gestanden. Das waren angstlösende Beruhigungsmittel. Und auf das aber hat die Heimpolizei alarmiert. Weil man nicht gewusst hat, wie sie an die Medikamente gekommen sind. Und jetzt kommt die Schwester ins Spiel? Ja, jetzt kommt die Schwester ins Spiel. Weil es hat immer schon so ein bisschen Puff gegeben zwischen dieser Schwester und dem Heimleiter. Die haben sich gar nicht verstanden. Und der Heimleiter hat dann gegenüber der Polizei ausgesagt, dass Michelle immer dann komisch war, wenn die Schwester vorher auf Besuch gewesen ist. Mhm. Und ist jetzt Maria die einzige Verdächtige gewesen, die ihre Schwester hätte die Medizin verabreichen können, die nicht auf der offiziellen Liste drauf gewesen ist? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Der Heimleiter selber hat noch gesagt, dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gegeben hat. Es hat jemand Medikamente verwechseln können, eine Person im Heim konnte ihr die Medikamente geben, Bewohner und Bewohnerinnen und Bewohner enttäuschen die Medikamente. Es hat sogar jemand von aussen in die Klinik reinkommen können, weil die Türen sind offen gestanden, es hat keine Überwachungskameras. Ja. Aber die Polizei ist jetzt trotzdem dem Satz vom Heimleiter nachgegangen, die Schwester, also Michelle, die verhalten sich immer seltsam, wenn Maria zu Besuch gekommen ist, da im Heim. Und die Polizei ist im Nachhinein? Ja, man hat Maria dann verhört und in dem Verhör hat sie einen Fehler gemacht, was sie im Nachhinein gesagt hat. Und zwar hat man sie gefragt, ob sie ihre Schwester Medikamente verabreicht hat und sie hat geantwortet, zu dem sage ich nichts, ich will mich nicht selber belasten. Mhm. Und woher hat sie den Satz gehabt? Aus einem Merkblatt vom Beobachter. Mhm. Interessant. Gerade hier in einem Eingriff vom juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter. «Dazu sage ich nichts, ich will mich nicht selbst belasten.» Und das ist das Zitat der Jasmin in ihrem Artikel. Und das hat eben Maria Nix, wie die Jasmin jetzt gerade gesagt hat, von dem Beratungsblatt, also ist das jetzt Verdächtig, wenn das auf dem Merkblatt steht, dann kann das ja gar nicht so verdächtig sein, oder doch? Also ich weiss jetzt nicht, welches Merkblatt Maria Nix da konsultiert hat, aber mir ratet es dazu, einfach nichts zu sagen. Ich sage nichts. Man muss es nicht begründen, oder? Und es war vielleicht ein bisschen ungeschickt, wenn sie mehrere Fragen beantwortet hat, dort im Verhör offenbar. Ausser die entscheidende hat sie dann eben noch gesagt, ich sage nichts, weil ich mich nicht belasten will. Also das «weil ich mich nicht belasten», macht sie die Kombination vielleicht ein bisschen seltsam. Und das hätte sie einfach weglassen sollen. Und so steht es auch bei uns auf dem Merkblatt drauf. Also sie hat etwas falsch angewendet und vielleicht nicht gerade im richtigen Moment zitiert. Ist das das Fazit? Ja, das Fazit ist, dass man einfach soll, also wenn man sich für die Strategie entscheidet, von Anfang an einfach nichts zu sagen. Und nochmal, das muss man nicht begründen, wieso man das macht, dann hat man das Recht dazu. Und das reicht. Eben, also man hat das Recht, auch die Aussage zu verweigern, heisst das? Als beschuldigte Person im Strafverfahren, ja. Mhm. Jetzt, der Verdacht, der bleibt. Ja, wie geht es jetzt weiter? Die Polizei ist dann zum Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich ist, dass Maria ihrer Schwester das Medikament gegeben hat. Und zwar vor allem wegen dieser Antwort, weil sie sich verdächtig gemacht hat. Und man hat dann auch gesagt, sie kenne sich ja mit Medikamenten aus, als Psychotherapeutin. Mhm. Sie haben jetzt aber nicht begründen können, wieso sie das hätte machen sollen. Aber es sind ja auch keine richtige Vorwürfe. Es ist ein Verdacht, immer noch. Es ist ein Verdacht, oder? Genau. Und sie haben gleichzeitig auch gesagt, dass in diesem Verhör herausgekommen ist, dass Maria ihre Schwester sehr gerne hat und dass sie sehr leidet unter dieser Situation, also unter der Erkrankung der Schwester. Ja, und der Verdacht hat dann aber recht üble Folgen gehabt, für Maria. Und zwar durfte sie nicht mehr auf Besuch zu der Schwester, sie durfte nicht mal anrufen. Und auch für ihr eigenes Leben, weil sie hat dann irgendwann einer Arbeitskollegin von diesem Fall erzählt, weil sie natürlich nicht ruhig konnte arbeiten, den Tag durch mit dem im Hinterkopf. Und die Arbeitskollegin, die ist dann direkt zum Vorgesetzten. Also das heisst in der eigenen Firma? Genau, sie hat in einer Klinik gearbeitet, in einer Rehabilitationsklinik als Psychotherapeutin. Und dort hat man gefunden, wenn sie in einem laufenden Verfahren verdächtig ist, dann soll sie sich eine Weile lange nicht blicken lassen. Katharina, Sie grisst jetzt, ich würde dich an, ist das eigentlich ein legales Verhalten von einer Firma? Wenn du angeklagt bist, also bis jetzt besteht ja nur ein Verdacht, oder? Auf der einen Seite kommt sie ins Hausverbot in diesem Heim und andererseits ist ihr Job in Gefahr. Ist das von der Firma, von der Firma, die sie angestellt hat, ist das überhaupt legal? Ja, legal ist es schon. Also jetzt ein Verdacht, wo ein Strafverfahren läuft, wegen dem Missbrauch von Betäubungsmitteln, ist natürlich gerade in diesem Bereich ein happiger Vorwurf. Der Arbeitgeber muss aber auch ein bisschen den entlastenden Indizien angehen und sie vielleicht zu diesem Vorwurf befragen. Aber ich denke, da ist jetzt halt alles so erdrückend gewesen und sie hat sogar einen Strafbefehl bekommen, soviel ich weiss, also zumindest am Anfang. Und das dürfte schon lange, dass man da sagt, nein, jetzt bleibst du mal zu Hause, bis das geklärt ist. Aber sind wir schon auf dem halben Weg zu einer Entlassung, oder was, mit dem Zuhause bleiben, mit der Auszeit? Sie hat es natürlich bewirktet, ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Sie hat sich eine Anwältin geholt, die spezialisiert ist im Gesundheitsbereich. Und die hat dann auch gute Arbeit geleistet. Also die hat nachweisen, dass Michelle nicht nur nach diesen Besuchen immer so drauf gewesen ist, sondern sehr oft. Also dass sie verladen gewirkt hat, sogar im Sitzen eingeschlafen ist. Ja, und der Verdacht war dann, dass die Medikamente total falsch eingestellt waren. Oder aber, dass sie absichtlich ruhig gestellt worden ist. Eben, jetzt gibt es die Anwältin, wo also Maria hilft. Sie hat viele Sachen herausgefunden. Kannst du mal neues Detail gehen? Gibt es da noch irgendetwas zu dieser Medizin, die da irgendwie verabreicht worden ist? Ja, das Wichtigste für die Anwältin war die toxikologische Untersuchung. Und zwar hat man dort herausgefunden, dass wenn Maria ihr das Medikament verabreicht hat, dass sie nach zwei bis drei Stunden auf dem Peak der Wirkung hätte sein müssen. Also das heisst, sie wäre schon am gleichen Abend oder in der Nacht, wäre sie schon so zugedröhnt gewesen und nicht mehr sich selber. Das war ja aber erst am nächsten Nachmittag. Und die Anwältin hat dann so beweisen wollen, dass das Medikament nicht von Maria verabreicht hätte werden können. Und was ist jetzt mit diesen Gutachten oder mit dem, was die Anwältin herausgefunden hat? Was ist denn da damit passiert? Nicht viel. Leider. Ja, und also man hat das nicht angelägt und dann, was ist denn passiert? Dann ist ein Strafbefehl gegen sie erlassen worden, wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ja, und sie hatte extrem hohe Kosten, Anwaltskosten, die Verfahrenskosten musste sie auch bezahlen und sie wurde dann endgültig gekündigt 2020. Dort war sie 68, was ja eigentlich schon älter ist. Sie wollte aber bis 70 arbeiten und für sie war das extrem schlimm. Sie hatte ein Herzproblem noch, wurde depressiv und musste viele Medikamente reinnehmen. Also wenn ich das so gehörende Geschichte habe, dann habe ich das Gefühl, da wird eine Seite wahrgenommen und die andere Seite, wo sie entlasten könnte, wird einfach nicht so richtig wahrgenommen. Ja, das stimmt schon. Also Strafverfolgungsbehörden haben aber auch die Aufgabe, den Belastenden und Entlastenden Indizien anzugeben. Aber da ist man jetzt davon ausgegangen, dass die Belastenden überwiegen, hoffenbar. Ja, und wie ging es denn Maria jetzt? Also du hast gesagt 2020, die Entlassung? Ich habe dann plötzlich nochmal ein Telefon von ihr bekommen, wo der Artikel schon gedruckt worden ist. Und zwar hat sie sich ja nochmal gewehrt gegen den Strafbefehl und ist dann tatsächlich freigesprochen worden. Und sehr happy war am Telefon. Und Michelle, also die ältere schon bist du? Dort, wo sie mich angeläutet hat, hat sie die nie mehr wiedergesehen. Sie hat ja Heimverbot gehabt. Genau, sie hat Heimverbot gehabt und wie sich das ändert, das hat sie jetzt noch nicht gewusst. Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Mael Kohler. Nachzulesen ist die Episode namens «Zwei Schwestern» im Heft Nummer 5 vom 26. Februar 2021.